Ein spätes Mahlzeit in die Runde, liebe Zuschauer, hier zum JFD Live Trading TV 1330 am 23. Juli. Wir wollen auf den Nesdeg 100 Index schauen, der sich natürlich zuletzt in einer Paradeleistung darstellte, hier von Mitte Juli, beziehungsweise insbesondere hier Beginn mit dem 13.07. Diese fulminante Aufwärtsbewegung hier, schöne Bodenbildung in den Vortagen, also ganz, ganz klassisch. Aber diese enorme Aufwärtsbewegung, die ist dann doch schon sehr, sehr stark gewesen. Drum hatten wir auch unlängst den Nesdeg auch schon mal im Index oder im Fokus vielmehr. Da ging es nämlich darum, dass wir diesen Index hier eben einfangen wollen vor dem Hintergrund. Was kann passieren, wenn wir jetzt nicht direkt weiter ansteigen? Das war hier jener Tag der 21., wo es darum ging, hey, wenn die Bullen jetzt hier kein neues hoch machen, was kurzfristig Preise im Bereich 4.750, 4.752 versprochen hätte, dann sieht es wohl so aus, als würden wir konsolidieren und dieses Setup scheint sich aktuell zu bestätigen. Wir haben heute leichte Zugewinne, rein technisch muss man aber sagen, wären weitere Rücksetzer von Vorteil für den Markt, also gerade vor dem Hintergrund eines klassischen Pullbacks, den wir hier sehen würden, im Sinne dieser Range-Bewegung. Hier der Ausbruch, dann der Rücklauf in Richtung 4.545, 4.550 Punkte und von diesem Level zugleich das 38,2-Fibonacci-Level, hier der ideale Ausgangspunkt, um den nächsten Aufwärts-Move zu starten. Dann auch in Richtung Allzeithoch und hier sprechen wir von dem Niveau 4.816 Punkte. Das ist das Ziellevel, was der Index definitiv noch vor sich hat. Denn im Vergleich zu anderen Indizes wie eben S&P oder auch Dow Jones oder DAX, schauen Sie quer über den Globus, FTSE 100 hat selbst ein neues Allzeithoch gemacht vor längerem, ist der Nasdaq 100 uns noch schuldig. Und das, denke ich, dürfte aber hier in aller Voraussicht als bald folgen. Der Punkt ist, wir haben Quartals-Season in den USA. Das heißt, hier kommen sowohl jetzt um die Mittagszeit oder aber eben dann auch nachbörslich viele, viele Zahlen, die immer sehr, sehr viel für Tumulte sorgen könnten. Aber wir versuchen ja hier mit der Chart-Technik sozusagen den Seismografen der Marktteilnehmer einzufangen, die Stimmung der Marktteilnehmer. Und diese ist zunächst mitsamt diesem starken Aufwärtsimpuls eben seit Mitte Juli hier zunächst in einem Ernüchterungs-Schrägstrich, einem Konsolidierungsmodus. Und rein technisch, und das ist das, was ich praktisch in der Masse eben immer wiederholte in solchen Fällen und um nichts anderes geht es in der technischen Analyse, sind die Chancen mal gar nicht schlecht, dass der Index hier kurzfristig einen Rücksetzer vollzieht. Kein zu starken, denn wenn es eben hier deutlich unter 4.500 Punkte zurückgehen würde, hätte der Index das Risikopotenzial weiter, um nochmals rund 150 Punkte in den Bereich 4.350 Punkte zurückzusacken. Das wäre nicht der Plan, aber mal abwarten, was passiert. Wie gesagt, heute jetzt bislang, wir schauen nochmal kurz drauf, leichte Zugewinne am Markt. Wir können den Pfeil ein Stück weiter mal nach drüben verschieben. Dann haben wir es auch technisch noch ein Stück weit besser eingefangen. So, na, Moment, das war es nicht. Jetzt haben wir das ganze Paket. So, kommen wir heute ein Stück weit positiv rein. Sollten dann aber im Idealfall doch noch wieder nach unten abdrehen, um dann hier eben den Glanz-Move zu vollziehen im Sinne des Rücklaufs. Bleibt dieser natürlich aus und wir gehen hier direkt nach oben raus, dann achten Sie auf das Level 4.690 Punkte. Oberhalb dessen kann es recht schnell gehen und dann sprechen wir eben von 4.750, gegebenenfalls dann auch bald schon von 4.800 Punkten. Dann wäre es eben nur eine sehr, sehr marginale Konsolidierung gewesen. Auch hier können wir uns mit Fibonacci behelfen, denn vor dem 38er-Level befindet sich das 23.6er. Und das haben wir im Prinzip mit dem gestrigen Rücksetzer absolviert. Hier punktuell erreicht, eine kleine Hammerkerze hier in der 24-Stunden-Indikation. Und grundsätzlich wäre das die Minimalbedingungen einer Konsolidierung dann allerdings nach diesem starken Aufmerz-Move nur 23,6 Prozent zurückgesetzt oder in dem Fall knapp 25. Das wäre schon eine sehr, sehr starke Vorstellung vor dem Hintergrund, dass dann die Dynamik nach oben sich sicherlich ähnlich schnell und rasch entfalten dürfte. Warten wir ab, was passiert. Der Index dürfte, wie gesagt, hochinteressant heute noch verbleiben. Man darf auch hier, und das will ich im Stundenschart nicht vorenthalten, anhand der 24-Stunden-Indikation wohlbemerkt auch so eine Art Bull-Flag hier konstruieren, die hier aktuell sogar fast schon unmittelbar vor Auflösung stand. Und bullische Flaggen haben natürlich die Tendenz nach einem starken Aufwärts-Move, bullische Konsolidierung, genauso eine Ebene in Sachen Aufwärtstendenz nach oben hin vorzutragen. Und das würde dann hier gerade vor dem Hintergrund mit Blick auf Tagesbasis eben deutliche Zugewinne noch versprechen. Doch eben idealerweise wären hier noch Preise, die tiefer angesiedelt sind, um eine solche Bewegung zu starten. Ansonsten alles kann, nichts muss. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg am heutigen Handelstag. Die nächste JFT Live-Trading-TV-Sendung dann erst morgen wieder, aber dann morgen auch zwei, drei Sendungen. Warten wir mal ab, was der Markt uns bietet. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg und sehen dann auf bald in den Etat. Ihr Christian Kemmerer und tschüss.